So, den habe ich hier noch nicht gesehen, ein zweiter Schwimmwagen. In einer ziemlich heftigen Farbe. Cool. Hat ein schöner Käfer. Tickethalter ist gut, das finde ich gut. So einen ähnlichen hatte ich auch mal. Mit Faltdach allerdings hatte der schon die große Heckscheibe. Und das erst mal. Das ist ein geiles Moped. Aber was ich festgestellt habe, zum Beispiel, wenn du so kleine Holzstücken brauchst, aus Edelhölzern, dann musst du auch noch mal zu stüten. Das ist ein geiles Moped. Untertitelung des ZDF, 2020